Moin Moin! Heute ist es mal wieder Zeit für Bücherneuzugänge. Mir ist aufgefallen, dass die letzten, die ich euch vorgestellt habe, aus dem Juni und Juli stammen. Also sind tatsächlich drei Monate Bücherneuzugänge fällig. Im August sind tatsächlich auch nur zwei Bücher bei mir eingezogen, im September waren es drei und der Rest, den ihr schon auf dem Thumbnail gesehen habt, sind tatsächlich im Oktober eingezogen. So ist es bei mir aber tatsächlich häufig. Im Oktober habe ich Geburtstag und im Oktober ist auch die Buchmesse, da erscheint einfach extrem viel, was mir gefällt. Ja, und das möchte ich euch jetzt gerne vorstellen. Wir fangen chronologisch an mit, tatsächlich mit dem August und die beiden Bücher, die ich euch jetzt zeige, die habe ich euch schon vorgestellt, die habe ich beide auch schon gelesen. Die habe ich im Lesemonat vorgestellt, also mache ich das Ganze jetzt aber trotzdem der Vollständigkeit halber. Und zwar ist das erste Buch, das bei mir im August eingezogen ist, der Zauber von Immerda von Dominique Valente. Das ist Band zwei der Reihe und der zweite Band heißt Ein Hellseher sieht schwarz. Ja, eine sehr, sehr schöne Kinderbuch-Fantasy-Geschichte, die viel um Freundschaft, um Toleranz, aber auch um Selbstakzeptanz, um Selbstbewusstsein geht und seine eigenen Stärken zu entdecken, um Familie. Ja, und das gefällt mir einfach extrem gut. Auch sehr, sehr viele fantastische Ideen werden hier mit eingebunden und auch sehr, sehr viel Wortwitz ist dabei. Also wirklich eine ganz tolle Unterhaltung. Kann man, glaube ich, sehr gut vorlesen für Kinder. Ist so ab acht Jahren empfohlen und aber eben auch aufwärts. Ja, es ist auch sehr schön illustriert und relativ groß geschrieben, also lässt sich relativ schnell weglesen. Der dritte Band erscheint jetzt im November und ich glaube, es wird aber noch mehr geben. Insgesamt wie viele, weiß ich nicht. Es geht um Anemona und Anemone wächst in einer Welt bzw. in einer Familie auf, wo alle Frauen Hexen sind. Auch sie ist eine. Jede hat eine andere magische Begabung und sie findet ihre ziemlich langweilig. Sie kann verlorene Dinge wiederfinden. Das pusht so ein bisschen ihr Taschengeld, weil in der Nachbarschaft bietet sie ihre Gabe an. Falls irgendjemand was verloren hat, kann sie es wiederfinden. Aber sie wird eben auch in ihrer Familie jetzt nicht sehr geachtet. Dafür ihre Geschwister, ihre Schwestern und ihre Mutter haben viel größere magische Begabungen. Ja, und deswegen ist sie da so ein bisschen unterstes Glied. Aber auf einmal ist sie dann doch wichtig, denn der Dienstag verschwindet. Und das passiert im ersten Band, jetzt nicht im zweiten Band. Sie muss da helfen, den Dienstag wiederzufinden. Die mächtigste Hexe in dem Reich bittet sie um Hilfe. Und da, ja, bei dieser Reihe entdeckt sie halt schon einige Fähigkeiten an sich, die vielleicht doch ein bisschen stärker sind und findet auch viele Freunde, die sie so mögen, wie sie ist. Ja, und im zweiten Band geht das Ganze wieder los. Es ist wieder ein neues Abenteuer, denn ein Freund, den sie im ersten Band kennengelernt hat, das ist ein Dunkelseher, der eben Erinnerungen anderer Leute sehen kann, der verschwindet bzw. wird entführt. Und er kann vorher kurz noch einen Brief schreiben, dass er entführt wird, denn er hat es vorausgesehen diesmal in einer kurzen Vision. Und er kann ihr daher einen Hilferuf schicken und sie macht sich eben dann auf den Weg, ihn zu finden. Und auch da trifft sie auf alte und auf neue Freunde wieder sehr, sehr skurrile und lustige Situationen, die sie überwinden muss. Und immer mit dabei ist natürlich Oswald, der Kobold von ihrem Bett, von unter ihrem Bett, der aussieht wie eine Katze, aber bloß nicht als Katze betitelt werden sollte, denn er ist ein Kobold, der orange, squietschorange wird, wenn er sauer oder wütend oder motzig drauf ist. Und das ist meistens der Fall. Er motzt und hat einen wunderbaren Sprachfehler, der das Ganze noch ein bisschen lustiger macht, ist aber ein treuer Freund für Anemona. Ja, wirklich sehr, sehr zauberhaft, sehr bunt und ich freue mich schon auf den dritten Teil. Und das ist eben im August bei mir eingezogen. Ebenfalls ein Folgeband ist bei mir eingezogen im August Hidden Worlds Band 2, die Krone des Erben von Mikkel Robran. Ja, darüber habe ich auch schon ein bisschen gesprochen, dass es für mich eher so eine Enttäuschung war. Ich habe die Reihe, beziehungsweise die Bände der Reihe bisher mit Julia gelesen, vom Kanal Leseritter. Und es ist wirklich eine Reihe, die sich sehr leicht lesen lässt. Man kommt den Protagonisten sehr, sehr schnell nah. Im ersten Band ist es Elliot, der gekündigt wird, der Geldprobleme hat, weil er eigentlich derjenige ist, der den Haushalt schmeißt und eben für das leibliche Wohl sorgen muss und dass sie irgendwie über die Runden kommen müssen. Denn sein Vater, der sitzt einfach nur depressiv vorm Fernseher und macht sonst gar nichts. Aber jetzt als Elliot ihm erzählt, dass er seinen Job verloren hat, da gibt er ihm auf einmal einen Kontakt, wo er hingehen soll und um einen Job bitten soll. Denn dieser jemand würde ihm noch einen Gefallen schulden. Und es stellt sich heraus, dass es ein Job in einem magischen Einkaufszentrum ist, das Merlin Center. Und er soll dort als Tierpflege arbeiten. Das sind nicht einfache Tiere, die er kennt, sondern das sind magische Wesen. Und er merkt aber auch, dass seine Mutter, die ja schon seit Jahren ihn verlassen hat, ihn und seinen Vater, ja auch diese in dieser magischen Welt bekannt war, beziehungsweise dort unterwegs war und die einem Geheimnis auf die Spur gekommen ist. Und zwar ist das das Geheimnis von Avalon, der Welt, wo die magischen Wesen eigentlich zu Hause sind. Und er versucht das Ganze aufzuschlüsseln, merkt aber auch, dass viele Gegner ihm auf der Spur sind, die das eben nicht wollen, dass er dieses Geheimnis aufdeckt. Ja, darum geht es im ersten Band. Im zweiten Band befinden wir uns dann tatsächlich in einer anderen Welt und erkunden diese. Es hat, ja, wieder abenteuerliche Züge, einige tolle Ideen. Ich finde die Idee dieses Merlin Center fand ich wirklich toll. Aber da haben wir uns letztendlich gar nicht so oft befunden und fand ich tatsächlich verschenktes Potenzial. Im zweiten Band ging es dann doch eher so ein bisschen in Richtung High Fantasy. Wir hatten hier einen Drachen, das hat mich so ein bisschen besänftigt. Aber ich fand Elliot als Protagonist sehr, sehr schwach, denn er hatte überhaupt keine Entwicklung hinter sich gelegt oder aufgebracht, weil er einfach nie alleine war. Er hatte immer eine, ja, eine Gefährtin dabei, die alles für ihn erledigt hat. Er musste keine Verantwortung übernehmen. Er war ziemlich jammerig drauf und, ja, hat überhaupt nicht seine Stärken gezeigt. Es soll ja kein übermäßiger Held sein, der alles kann, sondern er soll sie einfach ein bisschen entwickeln müssen. Und das war hier einfach nicht der Fall. Und auch das Ende fand ich so ein bisschen an den Haaren herbeigezogen, sehr unlogisch und hat mir dann doch manchmal so ein bisschen Augenrollmomente verschafft. Den dritten Band, der kommt hier jetzt auch noch mal vor. Ich werde diese Reihe doch zu Ende lesen, weil ich einfach mit Julia zusammenlese und das irgendwie dann Freude bringt. Ich jetzt auch wissen möchte, wie es zu Ende geht. Und ja, der zweite Band endet eben auch so, dass man jetzt denken könnte, vielleicht geht es ja jetzt doch los, dass Elliot in den Mittelpunkt kommt und vielleicht doch irgendwie, ja, seine Bestimmung findet oder so ein bisschen seine Entwicklung hat. Aber ich finde, es ist viel zu spät. Und hier waren wirklich einige Sachen, wo ich doch den Kopf schütteln musste. Obwohl hier wirklich tolle Ideen waren und es wirklich gepaart ist mit einem sehr lockeren, umgangssprachlichen Ton, weil es eben in unserer Welt startet und dann in so eine Fantasy-Welt übergeht und das so ein, ja, so eine ganz lustige Mischung ist. So, wir kommen zum September und da sind, wie gesagt, drei Bücher bei mir eingezogen. Und ein Buch, das habe ich mir gegönnt. Das ist ein ziemlicher Buchschatz und von der Optik ist echt wunderschön. Es geht um Drachen und es ist eine Neuerscheinung, die dort erschienen ist. Ich musste mir sie einfach kaufen direkt, weil ich es einfach nicht ausgehalten habe. Es ist ziemlich großformat. Ich bin gespannt, ob ich das jetzt in die Kamera halten lässt. Auch doch, es geht. Und zwar ist das die Hüterin der Drachen auf der Suche nach dem letzten Himmelsdrachen. Der Text ist von Curatoria Draconis und die Illustrationen von Tomislav Tomic. Ich glaube, dass das Künstlernamen sind. Ja, auf jeden Fall, guckt euch das an. Es ist im Prestel Verlag erschienen. Das ist auch so ein Kunstverlag, der oft solche Schmuckbände rausbringt. Ja, wunderschön. Ist halt relativ dünn. Ich glaube, es hat 70 Seiten. Ob das viel Text ist da auch nicht drin. Hauptsächlich sind die Illustrationen ziemlich dabei. Aber eben auch die Geschichte hat mich angesprochen. Es geht nämlich um eine Arche, wo alle Drachen unterkommen, glaube ich. Und es gibt eben eine wissenschaftliche Crew, die sich auf diesem Schiff der Drachen befindet und den Drachen der Welt eine Zuflucht gewährt. Und es werden die verschiedensten Drachen, glaube ich, vorgestellt. Und es gibt eben diese Mission, den letzten Himmelsdrachen noch zu entdecken. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ob mich das... Also optisch wird es mich, glaube ich, umhauen. Aber ich hoffe auch, dass die Story schön ist, dass mir das gefällt. Vielleicht ist es auch so ein bisschen wie so ein Lexikon aufgemacht, dass verschiedene Drachen vorgestellt werden. Vielleicht so ein bisschen wissenschaftlich. Erinnert mich vielleicht auch so ein bisschen an das Elfenbestimmungsbuch von Benjamin Lacombe. Das ist ja auch so ein bisschen fantastisch wissenschaftlich angehaucht, wo es um die Bewahrung der kleinen Elfen ging und hier eben um die Bewahrung der großen Drachen und auch sehr naturverbunden war. Und ich hoffe mir sowas ähnliches. Ja, ich habe noch gar nicht so viel reingeblättert, weil ich mir das aufheben möchte für einen besonderen Moment. Aber das wird wahrlich nicht lange auf meinem Sub bleiben. Ich hatte jetzt im Spuktober, hat es nicht so richtig reingepasst. Aber jetzt im November werde ich es, glaube ich, auf jeden Fall lesen. Und dann werde ich es euch im Lesemonat vorstellen. Ich meine, ist das nicht wunderschön? Also für jeden Drachen-Fan ist das, glaube ich, ein Muss. Sehr, sehr schön. Also das ist für mich auf jeden Fall ein großes Highlight, was bei mir hier eingezogen ist. Eine weitere Reihenfortsetzung ist Held aller Zeiten von Brandon Sanderson. Das ist der dritte Band der Nebelgeborenen-Reihe. Ich habe mir ja fest vorgenommen, diese Reihe dieses Jahr noch zu lesen. Ich befürchte, ich werde es nicht mehr schaffen. Dann muss ich da ganz ehrlich zu mir sein. Ich habe mir viel vorgenommen, Reihen zu beenden und nicht mehr so viele anzufangen. Habe aber festgestellt, dass ich extrem viele Reihen noch offen habe. Ich bin aber froh, dass ich immerhin den ersten Band endlich mal gelesen hatte, der schon lange auf meiner Wunschliste und dann auf meinem Sub lag. Und den fand ich wirklich auch großartig. Bei Brandon Sanderson wird ja auch das Magiesystem immer sehr, sehr gelobt, dass er sich da sehr, sehr hineinfuchst und sich viel ausdenkt. Und das kann ich da nur bestätigen. Auch die Protagonisten haben mich im ersten Band schon sehr berührt bzw. bin ich sehr nah gekommen. Die Welt selbst fand ich manchmal ein bisschen grau, ein bisschen langweilig. Aber wir werden sehen, was es noch im Band 2 und 3 zu entdecken gibt. Weil die habe ich jetzt beide auf meinem Sub. Band 3 habe ich jetzt eben im September noch dazu gekauft, dass ich die Reihe jetzt schon da habe. Wie gesagt, ich hatte eigentlich vor, die noch zu beenden. Glaube nicht mehr daran. Trotzdem sollen die nicht mehr lange warten, weil ich möchte nicht so viel vergessen aus dem ersten Band und dass ich dann gleich weiterlesen kann. Die sind halt auch echt stark von den Seiten. Ich glaube, es sind immer so 1000 Seiten. Ja, knapp. 980 Seiten sind es jetzt in diesem Fall sehr, sehr seitenstark. Und da kommen noch viele Plottwists auf mich zu. Wahrscheinlich viele epische Szenen noch. Und ja, ich freue mich, meine Protagonisten, die geliebten Protagonisten wiederzutreffen. Im ersten Band war das ja zum einen Kelsier und Winn hieß, glaube ich, das junge Mädchen. Und die treffen beide in einer Gruppe von Menschen zusammen, die eben eine Rebellion planen. In einer Welt, die unterjocht ist von dem großen Herrscher, von einem Tyrannen. Und es gibt eben ein Volk, das unterjocht ist und als Sklaven abgestempelt wird. Und unter denen versuchen sie halt zu rekrutieren. Und sie haben eben magische Fähigkeiten. Sie können mithilfe von Metall, wenn sie es schlucken, Magie wirken. Und jedes Metall hat eine andere Wirkung, eine andere Fähigkeit. Ja, also ganz, ganz interessantes Magiesystem. Und die Figuren fand ich ganz toll ausgearbeitet. Und ja, manchmal hatte es tatsächlich so meine, ja, ein paar zähe Momente. Aber das Finale hat mich dann wieder richtig gepackt. Und es soll eben noch einige Plot-Twists geben. Und deswegen soll eigentlich nicht mehr so lange auf meiner Liste liegen. Aber ja, ich befürchte, es wird erst nächstes Jahr was. Aber das nehme ich mir dann auf jeden Fall vor. Eine der Reihen, die beendet werden soll. Beziehungsweise es gibt ja noch weitere Bände in der Reihe. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, ist, kann die Trilogie durchaus auch für sich stehen. Und das dritte und letzte Buch, das im September bei mir eingezogen ist, ist dieses wunderbare Schätzchen. Der Tod und das Dunkle Meer von Stuart Turton. Vielleicht könnt ihr euch daran erinnern, vom letzten Jahr, glaube ich, war Stuart Turton in meinen Jahreshighlights dabei. Mit seinem Debüt, mit seinem Roman, auch ein Kriminalroman, die sieben Tode der Evelyn Hartcastle. Ja, auch das war ein Krimiroman. Ein Krimi. Eigentlich lese ich gar nicht so gerne Ermittler-Krimis. Und das finde ich eher durchaus ein bisschen langweilig. Ich tendiere dann doch eher zu Thriller oder wie gesagt zu Fantasy und Horror. Aber diese Krimis haben immer so tolle Settings und dann immer noch einen gewissen Twist, der dann doch so ein bisschen fantastisch daherkommt. Was heißt immer? Ich habe bisher ja nur sein Debüt gelesen und kenne jetzt nur den Klappentext von diesem Buch hier. Ja, und hier haben wir es wieder mit einem Kriminalroman zu tun, der aber auch in der Vergangenheit spiel, also ein bisschen historisch ist. Wir haben es 1634 und es spielt auf hoher See, auf einem Schiff. Und dort geschieht ein Mord und es soll der Teufel an Bord sein. Ob das jetzt wörtlich gemeint ist oder im übertragenen Sinne, weiß ich noch nicht. Jedenfalls gibt es da viele seltsame Figuren, die so ihre Geheimnisse haben. Und Aberglaube, Hexenjagd, Machtgier spielt auch noch eine Rolle. Ja, ich bin sehr gespannt, was dahinter steckt. Der Twist am Ende von Evelyn Hardcastle fand ich ja grandios. Es war sehr komplex. Also das kann man nicht mal nebenbei lesen. Ich bin gespannt, ob das hier auch der Fall ist. Auch hier haben wir wieder eine ganz tolle Karte. Nicht diesmal von dem Herrenhaus, sondern von dem Schiff. Und ich denke, dass es wieder sehr, sehr interessante Persönlichkeiten geben wird. Ich bin auch auf das fantastische Element hier sehr gespannt, weil so richtig rauslesen kann man das aus dem Klappentext noch nicht. Ich finde natürlich das Setting eines Schiffes wieder sehr, sehr cool. Also haben wir wieder so eine Art Kammerspiel. Keine offene Welt, sondern eben nur diese Figuren, die auf diesem Schiff sind. Und wir befinden uns dann wahrscheinlich auch nur auf dem Schiff. Ich finde das Cover auch ziemlich cool. Dieses Flaschenmeeresgrün. Ja, der Rücken ist ein bisschen langweilig. Finde ich ein bisschen schade, weil so steht es nachher ja im Regal. Und dann sieht es einfach langweilig aus. Ja, müsste man es eigentlich frontal stellen, wenn man den Platz hätte. Ich habe natürlich durchaus sehr hohe Erwartungen, weil ich das erste so grandios fand und einfach Wahnsinn fand, welche Handlungsstränge der Autor alle im Kopf hatte und die so logisch dann zusammen zu verbinden, dass es nachher alles Sinn ergibt, fand ich grandios. Trotzdem spannend und sehr originell zu schreiben. Ja, das war einfach ziemlich, ziemlich gut. Und deswegen habe ich hier hohe Erwartungen. Ich bin gespannt, ob diese ja dann auch eintreten, diese Erwartungen. Und ja, ich werde euch dann natürlich auch berichten in einem Lesemonat, sobald ich es gelesen habe. Es ist ja auch durchaus wieder sehr fett, ne? Schauen wir mal. Ja, es hat über 600 Seiten. Das ist für ein Krimi schon ziemlich viel. Ich glaube aber auch, dass die siebeneinhalb lebende Evelyn Hardcastle auch nicht so dünn war. So, und jetzt kommen wir zum Oktober, wo auch wirklich die meisten Bücher eingezogen sind. Es sind sechs Stück an der Zahl. Na gut, es gab auch schlimmere Monate, wo wirklich mehr Bücher eingezogen sind. Aber mir ist einfach aufgefallen. Es sieht so extrem viel aus, weil es alles sehr, sehr dicke Bücher sind. Habe ich euch ja auch schon eben einige gezeigt, die wirklich seitenstark sind. Und deswegen sieht das auch einfach so viel aus, als wäre ich hier extrem eskaliert. Aber es geht eigentlich. Ja, ich fange mit einem Buch an, was auf jeden Fall bei mir einziehen muss. Und ich habe mich wirklich extrem darauf gefreut und könnte mir auch vorstellen, dass das noch dieses Jahr dran glauben muss. Und zwar ist das Vergiss mal nicht von Kerstin Gier. Ja, ihre neue Reihe, ihr neuer Reihenauftakt ist damit herausgekommen. Was man bei Licht nicht sehen kann, heißt der Untertitel. Ich glaube, es wird wieder eine Trilogie. Ja, der erste Band der Trilogie. Und ja, Kerstin Gier ist so eine Schriftstellerin, von der ich wirklich, wirklich alles lesen würde, fast alles lesen würde im Jugendbuchbereich, obwohl es vom Kloppentext her mich eigentlich abschrecken würde und auch von der Thematik nicht unbedingt sofort mich angesprochen hätte. Aber ich mag einfach ihren Schreibstil so gerne. Sie schreibt so lustig, so locker und hat dabei dann immer so niedliche, magische Ideen noch dabei. Es ist immer auch ein bisschen romantisch. Und das ist das, was mich bei anderen Autoren eigentlich abschrecken würde. Aber hier, ja, wie gesagt, ist es Kerstin Gier. Und deswegen musste ich es natürlich bei mir einziehen lassen. Die Edelstein Trilogie und auch die Silber Trilogie und auch das Wolkenschloss habe ich von ihr so gern gelesen. Ich fand die Protagonisten so wunderbar authentisch. Und die liebevollen Charaktere, die sie da entwickelt hat, die haben einfach Spaß gemacht. Und ja, man ist einfach sofort drin. Eine Freundin von mir liest gerade zum ersten Mal die Edelstein Trilogie und sie meint einfach, es bringt so viel Spaß. Und in dem Moment dachte ich, oh Gott, ich will auch wieder. Und deswegen war mir klar, ich muss eigentlich ziemlich schnell zu diesem neuen Buch greifen. Es geht zum einen um Quinn, der auf einmal, ja, düstere Wesen sehen kann und auch verfolgt wird. Und dann haben wir die Nachbarin, die eben überhaupt nicht so cool ist und auf Fantasy-Romane steht und ja, ihn eigentlich ziemlich egal ist. Aber er wendet sich dann tatsächlich an sie und weil er einfach ein bisschen Angst hat, vielleicht auch ein bisschen Angst hat, verrückt zu werden. Ich weiß es nicht genau. Jedenfalls auch sein Ruf, dass er ja so cool und beliebt ist, ja irgendwie gefährden könnte. Und deswegen wendet er sich erst mal an die etwas nerdige Nachbarin. Ich bin gespannt, aus welcher Sicht das Ganze berichtet wird, ob das sich abwechselt. Normalerweise ist es ja immer aus der Sicht einer Protagonistin geschrieben, aber es kann sich ja durchaus mal wenden. Ja, und es klingt wieder sehr rasant, sehr lustig und auch ein bisschen düster. Passt vielleicht sogar tatsächlich gut in den November. Ich wollte ja eigentlich nicht so viele neue Reihen beginnen, aber hier mache ich glaube ich eine Ausnahme, weil es mir so sehr unter den Fingernägeln brennt, weil ich möchte einfach wissen, was hier Kerstin Gier fabriziert hat. Ich finde das Cover ein Träumchen. Der blaue Buchschnitt tut natürlich auch sein Übriges zur Optik beitragen. Und auch das Vorsatzpapier ist wunderschön. Ja, und so sieht es ohne Schutzumschlag aus. Wieder wirklich ein Schmuckstückchen, was hier eingezogen ist. Ich hoffe, dass Band 2 und Band 3 nicht lange auf sich warten lassen. Von Jugendbuch kommen wir jetzt mal zu einem ausgewachsenen Horrorroman, der als Rezensionsexemplar bei mir eingezogen ist. Echo von Thomas Olde Heuwild. Manche Dinge sind schlimmer als der Tod. Echo habe ich mir hauptsächlich aufgrund des coolen Settings angefragt als Rezensionsexemplar, denn es spielt mal wieder in der verschneiten Bergwelt. Ihr wisst ja, dass ich diese Abenteuerromane und Abenteuerberichte auf verschneiten Gipfeln oder in den Polargebieten sehr, sehr gerne lese seit einigen Jahren. Und da kam mir das natürlich gerade recht. Außerdem war mir der Autor ein Begriff. Ich habe zwar seinen ersten Roman, der hier in Deutschland erschienen ist, nicht gelesen. Das war Hex. Das ist ja so eine etwas originelle Hexengeschichte gewesen. Und deswegen war der mir auf jeden Fall auch ein Begriff. Und ich hatte das in den Neuerscheinungen gesehen und dachte, ja, das wäre doch mal wieder was. Dass es aber so fett ist, damit habe ich nicht gerechnet. Es sieht allerdings fett aus. Ne, es ist doch. Es ist ziemlich fett. Ich hätte jetzt gedacht, es wären vielleicht 500 Seiten, aber es sind über 700. Also doch ist es schon relativ dick für so einen Horrorroman. Und es geht eben um zwei Freunde, die es lieben zu klettern und die in den Schweizer Alpen unterwegs sind und auf einen Berg treffen, den Maudit, wenn man ihn denn so ausspricht. Und ja, über den kennt jemand etwas oder weiß jemand etwas. Und es gibt mal wieder Legenden. Und es passiert ein Unfall dort und irgendwie werden sie dort heimgesucht. Und ich glaube, der eine landet dann im Krankenhaus, der andere ist dann sehr besorgt um ihn, scheint aber irgendwas Böses mit aus den Alpen mitgenommen zu haben. Was mich jetzt gerade so ein bisschen skeptisch macht und mir so ein bisschen die Vorfreude, naja, verhagelt hat, ist auch nicht richtig, aber mich so ein bisschen skeptischer hat werden lassen, ist die Rezension von Florian vom Kanal Creepy Creatures Reviews. Der hat eben dieses Buch abgebrochen und er meinte in den ersten 100 oder 150 Seiten oder 200 Seiten, ich weiß es nicht genau, passiert so wenig und es wird eigentlich gar nicht von dieser Kulisse, von diesem Abenteuer berichtet, sondern es ist eigentlich nur Geplänkel und irgendwie nur Angst um seinen Freund und um das Leben seines Freundes. Also irgendwie passiert nicht so viel und es wird eben das Abenteuer nicht hier so beleuchtet. Und eigentlich deswegen habe ich mir dieses Buch ja geholt, um dieses Abenteuer in den Bergen mitzuerleben. Ja, aber er hat halt eben auch nicht weiter gelesen. Also es kann noch kommen. Und ich weiß auch, dass Florian und ich wir doch manchmal von den Meinungen her doch manchmal sehr auseinander gehen und ich muss mir einfach selbst ein Bild machen. Deswegen eigentlich habe ich da richtig Bock drauf. Und ja, vielleicht komme ich über diese 100, 200 Seiten ja drüber hinaus und bin dann auf einmal begeistert. Schroffe Felswände und schwindelerregende Höhen spiegeln die Abgründe der menschlichen Seele wieder. Echo ist ein Meisterwerk. Ja, also irgendwann muss es ja in den Alpen mal spielen, wenn das hier immer wieder damit beworben wird. Ja, ich bin sehr, sehr gespannt, ob es mir gefallen wird. Vielleicht hat ja einer von euch es gelesen und kann mir ein bisschen mehr Motivation machen. Das würde mich sehr, sehr freuen. Ihr könnt natürlich auch schreiben, wenn es euch nicht gefallen hat. Ja, dann ist es halt so. So, wir kommen zum nächsten Rezensionsexemplar. Die sind beide, glaube ich, zeitgleich bei mir eingetroffen, weil sie am selben Tag erschienen sind. Ja, das Buch habe ich mir aufgrund des Autors gekauft, weil es eine neue Reihe im selben Universum ist, in der auch meine Lieblingsreihe spielt oder eine meiner Lieblingsfantasy-Reihen. Ich spreche vom Dämonenzyklus, den ich euch ja immer wieder ins Herz lege, von Peter V. Brad. Das sind ja fünf, sechs Teile, je nachdem, ob du auf Englisch oder auf Deutsch liest. Im Deutschen wurde mal wieder ein Band getrennt. Ja, und das habe ich einfach über Jahre hinweg sehr, sehr gerne gelesen und gerne verfolgt. Und in dieser selben Welt spielt jetzt Jahre später dieses Buch hier. Der Prinz der Wüste von Peter V. Brad in der, ja, der neue Roman der Bestseller-Saga. Ich muss ehrlich sagen, wenn ich jetzt ganz ehrlich bin, hätte ich lieber etwas ganz Neues aus seiner Feder gelesen. Eine ganz neue Welt. Denn ich finde, es ist doch relativ abgeschlossen. Man soll doch eigentlich Schluss machen, wenn es am schönsten ist und das nicht ewig hinausziehen. Vielleicht hat es ihn wieder dorthin gezogen. Vielleicht konnte er nicht so richtig abschließen. Klar, es sind wieder neue Figuren, die darin vorkommen. Aber so lange her ist es nicht. Es spielt, glaube ich, 20 Jahre später. Die Figuren, die wir aus den ersten Bänden kennen, die gibt es also noch. Also sie sind jetzt noch nicht vergangen oder verstorben, sondern es spielt, ich glaube, die nächste Generation spielt hier sozusagen die Hauptrolle. Und somit ist es noch gar nicht so lange her. Und solche Sequels, ja, weiß ich nicht, muss ich nicht immer haben. Dieses aufgebrühte, aufgewärmte. Ich will natürlich nicht zu vorschnell, ja, mein Resultat hier raushauen. Denn ich habe das Buch noch nicht gelesen und irgendwie freue ich mich auch drauf, weil ich weiß, wie gut Peter V. Brad schreiben kann. Und wie sehr ich diese Reihe und die Figuren auch mochte. Und natürlich würde ich mich auch freuen, die Figuren wieder zu entdecken. Und natürlich hoffe ich, dass es auch durchaus seine Berechtigung hat, dass das Buch rausgekommen ist. Also will ich ein bisschen vorsichtig sein, aber ich bin skeptisch. Das kann ich nur sagen. Das Buch sieht tatsächlich dünner aus als Echo, ist aber fetter. Also dieses Buch hat 700 Seiten und dieses Buch hat bibeldünne Seiten und hat 900, nee, es hat über 1000 Seiten. Krass, oder? Wie das täuschen kann. Ja, es hat wirklich sehr, sehr dünne Seiten. Aber ich weiß eben, dass man Peter V. Brad weglesen kann wie Butter. Und ich hoffe, ja, doch, ich hoffe sehr, dass mich das wieder packen kann und dass es durchaus nicht bloß aufgewärmt ist, sondern dass es eine Bewandtnis hat, dass er wieder zurückkehrt, dass er eine neue Idee hat, etwas Frisches mit reinbringt und eine neue Sichtweise, wie auch immer, das Ganze zu einer tollen neuen Reihe macht, weil es werden natürlich auch wieder neue Bände erscheinen. Es ist der Auftakt eines neuen Abenteuers in dieser Welt. In dieser Welt steigen abends oder nachts Dämonen empor, die die Menschheit plagen, die sie jagen und gegen diese Dämonen haben die Menschen eigentlich kaum etwas in der Hand. Und sie müssen sich einfach nur vor ihnen verstecken. Das Einzige, was sie haben, sind bestimmte Siegel, Schutzsiegel, die sie in ihre Häuser oder auf Zäune oder wo auch immer hineinkratzen und die wirklich immer wieder gepflegt werden müssen, damit die Dämonen nicht eindringen können. Es gibt die Legende, die Saga, dass es Kampfsiegel irgendwann mal gegeben hat. Und unser Protagonist aus dem ersten Teil, aus der ersten Reihe, macht sich dann irgendwann auf die Suche, diese Siegel zu beschaffen. Denn er muss miterleben, wie sein Vater angsterstarrt ist und seine Mutter von den Dämonen zerfleisch wird und sein Vater eben nicht zur Hilfe kommt und er möchte nicht in Angst leben. Er möchte nicht mehr vor den Dämonen kuschen, er möchte etwas dagegen tun. Und somit bricht er eben auf und so beginnt sein Abenteuer. Ja, und hier haben wir eben eine Tochter der Protagonisten. Ich möchte jetzt nicht sagen, wer das ist, sonst würde ich ja ein bisschen spoilern. Und die muss miterleben, dass die Dämonen wieder teilweise zurückgekommen sind, weil die Bedrohung hat sich ja so ein bisschen im letzten Band verflüchtigt. Wie auch immer, will ich nicht erzählen. Aber es scheint irgendwie doch noch eine Bedrohung von diesen Dämonen auszugehen. Und sie selbst bringt irgendwie auch noch ein paar Probleme mit sich mit. Vielleicht auch mit ihren Eltern, ich weiß es nicht so genau. Dadurch, dass es jetzt so nah dran ist an der ersten Reihe, würde ich glaube ich schon empfehlen, mit der Reihe anzufangen. Ich weiß nicht, ob es klug ist, sofort hier mit einzusteigen. Das kann ich euch vielleicht dann erst sagen, wenn ich es gelesen habe und dann empfehlen, wo ihr anfangt. Aber ich glaube, um auch diese ganzen Anspielungen verstehen zu können und sich nicht zu spoilern auf die gesamte vorige Reihe, ist es vielleicht nicht unbedingt der beste Einstieg in diese Welt. So, da haben wir ihn. Den dritten Teil von Hidden Worlds von Mikkel Robran habe ich ja schon angekündigt, dass er in diesem Video auch nochmal auftauchen wird. Das Schwert der Macht ist auch dieses Jahr erst erschienen. Die drei Bände sind ja relativ schnell hintereinander rausgekommen, was ja eigentlich ein Vorteil ist. Und ich habe auf jeden Fall vor, diese Reihe noch dieses Jahr zu beenden. Ich habe mit Julia wieder abgemacht, dass wir es zusammen lesen im November. Und ja, da werden wir sicherlich auch schnell wieder durchkommen. Es ist, wie gesagt, sehr lockerflockig geschrieben und finde eher, dass es so in Richtung Kinder- und Jugendbuch geht und nicht unbedingt etwas für Erwachsene ist. Aber ja, wie gesagt, ich glaube, habe jetzt nicht so hohe Erwartungen. Aber dadurch kann ich mich durchaus vielleicht ja auch überraschen lassen, ob das jetzt im dritten Band nochmal ein bisschen besser wird. Und immerhin kann ich dann wieder eine Reihe abschließen und weiß dann, wie es geendet ist, weil Elliot ja durchaus ein sympathischer Typ ist und auch hier immer wieder interessante neue Ideen mit eingeflochten werden. Also ich denke schon, dass ich da eine kurzweilige Lektüre vor mir haben werde und mich dann ja auch noch mit der lieben Julia austauschen kann. Und deswegen freue ich mich da auch drauf, auch wenn ich glaube, dass das kein großes Highlight mehr wird und dann wahrscheinlich auch nach dem Lesen und nach dem Vorstellen in meinem Lesemonat auch wieder ausziehen darf. Und ich hatte eben im Oktober auch Geburtstag am 11.10. Und da ist ein Buch bei mir eingezogen. Mein Bruder hat mich buchig beschenkt. Ich habe nämlich auf meiner Geburtstagswunschliste auch meine Bücherwunschliste verlinkt, die riesig ist. Aber ich hätte mir eigentlich denken können, wenn er mir ein Buch schenkt, dann wird er sich für dieses hier entscheiden. Und zwar ist das ein World of Warcraft Buch oder Roman. Krieg der Ahnen Buch 1, die Quelle der Ewigkeit von Richard A. Knark. Wird da so ausgesprochen. Ja, das Buch ist jetzt nicht sonderlich hübsch, muss man ehrlich zugeben. Es ist zwar eine neu aufgemachte Auflage, die ein bisschen moderner daherkommt, aber das Motiv ist ungefähr dasselbe. Ich habe eine Zeit lang World of Warcraft gespielt, ist aber auch schon ein bisschen her. Ich glaube, mit 18 habe ich begonnen. Da habe ich dann, ja, 1, 2 Jahre habe ich dann relativ regelmäßig gespielt. Und dann habe ich meine Brüder damit angesteckt. Und ich glaube, die sind immer noch regelmäßig dabei und spielen das sehr, sehr gerne. Und World of Warcraft ist eben ein Online-Spiel, was riesig geworden ist. Aber auch von der Story her einfach sehr, sehr komplex. Und wirklich ja schon viele, viele Generationen, Jahre an Geschichte aufgebaut hat. Und dieses Buch habe ich tatsächlich schon mal gelesen. Da hatte ich das allerdings ausgeliehen. Und ich habe einfach nur im Gedächtnis gehabt, dass diese Bücher wirklich sehr, sehr gut waren. Und dass mich das doch sehr überrascht hat, dass die Bücher so gut sind und wirklich so gute High-Fantasy-Romane darstellen. Ich hatte doch ein bisschen mit etwas Trashigem gerechnet. Aber das macht natürlich noch mehr Spaß, wenn du die Geschichte kennst, das Spiel auch noch zu spielen oder andersrum. Mal gucken, ob ich irgendwann wieder zurückkehre zum Spiel. Das weiß ich nicht. In nächster Zeit wird es nicht der Fall sein. Aber die Bücher würde ich schon ganz gerne wieder entdecken. Ich weiß nicht mehr viel davon. Ich habe die Trilogie gelesen und ich glaube noch ein, zwei weitere Bücher. Hier haben wir es eben mit High-Fantasy zu tun, in einer Welt, wo viele verschiedene Völker leben. Da haben wir die Nachtelfen, die Blutelfen, die Orks, die Menschen, die Zwerge, die Gnome und so weiter und so fort. Aber wir haben auch Drachen. Und hier haben wir es eben mit so einer typischen Heldensaga zu tun. Also eine Gruppe von den verschiedensten Völkern macht sich auf, um eine Queste zu erfüllen. Also eigentlich so ein typisches High-Fantasy-Motiv. Und ja, mehr weiß ich eigentlich nicht. Es steht zwar viel auf dem Klappentext, aber ich finde das alles ein bisschen verwirrend. Und vor allem, wenn man sich nicht so gut mit der Geschichte von WoW auskennt, finde ich das alles ein bisschen verwirrend. Es spielt viel auch vorher. Also es gibt Romane, die auch vorher spielen. Allerdings habe ich das damals ja auch gelesen und bin damit ganz gut klargekommen. Ich kann mich an eine Drachen-Story erinnern, die ich wirklich gut fand und wo ich die Drachendarstellung auch richtig, richtig klasse fand. Ich weiß aber nicht mehr, ob das hier drin vorkam oder ob das in einem oder anderen Buch war. Ja, es geht eben um Magier und um einen alternden Org-Veteran. Ja, und die alle tun sich eben zusammen, um auf eine Queste zu gehen. Ja, mal schauen. Dadurch, dass die Reihe ja auch schon älter ist und dann kann ich ja, muss ich da jedenfalls nicht auf weitere Bände warten. Ich glaube aber, dass dieses Buch noch nicht an der Zeit ist. Da werde ich, glaube ich, erstmal ein paar weitere Reihen beenden wollen, bevor ich jetzt wieder eine neue, eine neue, in Anführungszeichen, wieder anfange. So, und das letzte Buch, das ich euch jetzt in diesem Neuzugänge-Video vorstellen möchte, habe ich euch quasi in dem vorletzten Video gerade gezeigt. Das ist nämlich im Zuge des Halloween-Wichtelns bei mir eingezogen. Und zwar haben wir ja uns in einer kleinen Gruppe zusammengetan und uns gegenseitig bewichtelt und ein Halloween-Tauschpaket zusammengeschnürt. Und ja, da haben wir dann an einem Tag alle zur selben Zeit dieses Unpacking hochgeladen. Und ja, da war ich, glaube ich, ein bisschen verwirrt, als ich dieses Video gedreht habe. Denn wir haben uns gegenseitig Bücherwunschlisten ausgetauscht und auch ein paar Steckbriefe, was wir mögen und was wir nicht mögen. Und die liebe Steffi vom Kanal Buchschnack hat eben mich gezogen, also durfte mich beschenken. Und sie hat eben ein Buch hineingelegt und das war dieses hier, Halloween von Stuart O'Nan. Und als ich das Buch ausgepackt habe, da war ich etwas verwirrt, weil ich irgendwie mich nicht erinnern konnte, dass ich das auf meiner Wunschliste hatte. Das soll zunächst einmal nichts heißen, weil meine Wunschliste wieder extrem lang war, die ich ihr verlinkt habe. Das war eben eine extra Horror- und Gruselliteratur-Wunschliste. Und ja, da hätte durchaus sein können, dass ich mich nicht mehr so ganz dran erinnere. Aber so ein bisschen seltsam fand ich es schon. Und dann ist mir eingefallen, dass ich tatsächlich einen Titel auf der Wunschliste hatte, der Halloween heißt. Und ich dachte, das wäre einfach nur ein anderes Cover. Aber der Autor stimmte gar nicht. Und zwar war das Halloween von Ray Bradbury. Und das ist ja Stuart O'Nan. Und dann war ich ein bisschen verwirrt und dachte, das wäre vielleicht eine Verwechslung, dass sie das Buch bestellt hat. Und ja, dass es irgendwie eine Verwechslung war. Aber wir haben uns danach dann ausgetauscht. Und sie meinte, dass sie denn gar nicht ein Buch von meiner Wunschliste genommen hat, sondern dieses ausgewählt hat, weil sie das bei der Recherche selbst so interessant fand und die Rezensionen wohl so positiv waren, dass sie sich das bestellt hat. Und aber dann auch für mich, ja, da war ich natürlich ein bisschen irritiert, weil ich mich wirklich krampfhaft versucht habe zu erinnern, welches Buch das auf meiner Wunschliste ist. Aber ja, bis dann endlich herausgekommen ist, dass es eben nicht von meiner Wunschliste gewählt wurde. Ja, aber dennoch ist es ein Halloween-Titel, den ich, wenn alles gekloppt hat, auch jetzt schon angelesen habe, wenn ihr dieses Video seht, weil ich habe vor, das an Halloween, für mich ist Halloween morgen, dann auch schon anzulesen. Ich habe jetzt noch eine Lektüre, die ich heute beenden möchte. Und wenn das alles klappt, dann würde ich das gerne anlesen. Ich glaube nicht, dass ich das an dem Tag beenden werde, auch wenn es nicht relativ dick ist, wenn es nicht, ja, es hat 255 Seiten, aber das werde ich nicht an diesem Tag schaffen. Aber vielleicht werde ich es dann in 1, 2, 3 Tagen nach Halloween dann beenden können, weil es einfach so gut passt. Und wenn ich es jetzt nicht lese an Halloween, dann würde es noch ein Jahr hier liegen. Und das wäre irgendwie schade. Und deswegen würde ich gerne einfach jetzt die Gunst der Stunde nutzen, dass ich tatsächlich heute ein Buch beenden werde und morgen direkt an Halloween den Halloween-Titel lesen. Ja, es geht um, ich glaube, drei Jugendliche, die als Geist wieder erscheinen, nachdem sie ja vor einem Jahr genau an Halloween einen Autounfall hatten. Und nun kehren sie als Geister zurück, um zu schauen, was mit den Überlebenden passiert ist, die eben diesen Unfall überlebt haben. Ich glaube, es war ein Autounfall. Und das waren, waren das ihre Freunde, weiß ich jetzt nicht genau. Jedenfalls sind das zwei Freunde, die sie jetzt im Auge behalten wollen, genau ein Jahr später auch an Halloween. Und die beiden sind doch ein bisschen traumatisiert seitdem. Der eine, das ist Kyle, der ist entstellt und sehr debil. Und dann gibt es noch Tim, der zwar unverletzt ist, aber innerlich scheinbar längst tot und er scheint irgendwas Schreckliches zu planen. Ja, und das wird vielleicht aus der Sicht der Jugendlichen sein. Es soll auch sehr tiefgründig sein, was ich in den Rezensionen gelesen habe. Ich hoffe aber trotzdem, dass es nicht einfach nur eine Studie, eine Charakterstudie und ein bisschen das Trauma oder die Traumata der verschiedenen Figuren hervorhebt, sondern dass es doch auch so ein bisschen spooky ist und auch Halloween tatsächlich im Vordergrund ist. Ich meine, das sieht natürlich total nach Halloween aus, alleine schon von den Farben, von dem Titel und auch von dem Kürbisgrinsen hier vorne drauf. Deswegen hoffe ich, dass es eben tatsächlich spooky wird und dass sich das gut lesen lässt. Allerdings habe ich schon einmal den ersten Satz gelesen und das lässt auf jeden Fall hoffen, denn hier ist von Wind und kahlen Bäumen und Rauschen und von heulender Musik die Rede. Und ja, das klingt ja schon mal sehr, sehr atmosphärisch. Ich hoffe, dass es mir sehr gut gefallen kann, auch wenn es nicht auf meiner Wunschliste stand. Ja, das waren meine Neuzugänge aus den letzten drei Monaten. Habe ich ja wieder ordentlich gequatscht. Ich hoffe, dass für euch auch etwas dabei war, dass vielleicht ihr auch so ein paar Anregungen bekommen habt und vielleicht ein bisschen was auf der Wunschliste bei euch gelandet ist. Vielleicht habt ihr auch eins, zwei, drei Bücher aus diesen vorgestellten Büchern schon gelesen. Dann schreibt mir gerne in die Kommentare, wie es euch gefallen hat, natürlich ohne zu spoilern. Und ihr könnt mir gerne auch schreiben, was bei euch denn in der letzten Zeit so eingezogen ist an Büchern. Was waren so eure Highlights in den letzten drei Monaten? Und ja, seid ihr jetzt eskaliert auch im Oktober, wo wieder so viel erschienen ist, Richtung Buchmesse? Oder seid ihr eisern geblieben? Jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Lesezeit. Und wenn ihr wollt, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Ciao, ciao!